Na toll jetzt ist... Zeitlupe! Zu weh da, Kehl. So hallo und herzlich willkommen zu meiner weiteren Lesplay von Minecraft. Und es liegt gerade das Übelst. Und er ist in die Luft geflogen. Bist du gerade den Ton mehr mehr gesehen? Hör, ich sehe euch. Also ich sehe nicht, wie du in die Luft geflogen bist. Oh wie cool, du musst keine Sauna. Was, ich bin gestorben und ich weiss nicht, wo meine Züge sind. Ich glaube nicht, wo du gestorben bist. Hahaha Gino, du bist ja richtig witzig. Mhm. Du bist ja so witzig. Nein, 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 nein. Also wer dir stark gebaut hat, der hat ja keine Talente dafür. Ich glaube das warst du. Nö. Ich baue sie schon noch nicht stark in. Da war's ich aber auch nicht. Das ist der Malz gewesen. Maxi, äh... Ja. Was du mal halten, wo du meine Züge sind? Ich stehe kurz gerade. Ähm, warte, ich muss nur noch die Höhle erkunden und 25 Diamanten finden. Alter, die Höhle ist so riesig. Ich weiß nicht, das schein ist noch nicht mehr bezüglich. Das ist der Besitz von. 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 Und die Charakteristik. Ähm, die Charakteristik. Was zum Beispiel? Äh, die ganze... Was? Ich kann dir auch nicht helfen. Ich bin du. Ich bin du. Das ist cool. Das bitte. Was meint ihr dazu? Schreibt's in die Kommentare. Red Schweizerdeutsch. Nein. Nein, ich widersetze mich. Nein. Ich weiß krass, das ist mir gerade scheißegal. Oh. Also, das ist ein bisschen scheiß. Das kann ich mir richtig verloren. Äh, klar, ich habe genug. Wenn du fertig bekommst, mach den neu. Ähm, ja, das sind auch zu viel gewaltig. Kein Steckholz. Was redet mal cool aus. Ähm, farm erstmal Holz. Oder renn einfach irgendwo rein. Der scheiß Creeper. 500 Blöcke entfangs und schüttelt explodiert. Was ist denn auch logisch? Hüllst du jetzt? Ja, ich hüll jetzt. Aha. So. Okay, ich habe Spinnen aus, wo nichts gerade ist. Und der scheiß Skeleton. Ich habe hier auch eine wunderschöne Steige gemacht. Oh mein Gott, ist das hippisch. Hä, genau, essen wollte ich halt beim Verhungern. Ähm, ich habe doch nur noch mehr Essen drin gehabt, also nicht. Mann, warum ist diese Höhle so lange? Wow. Ja. Ähm, hättest du das immer noch nicht rausgemacht? Weil der, weil der, irgendwie hat der Skelett Tiny Typ hier, hätte so einen starken Bogen gehabt, damit ich gerade wieder fast in die Lava reingeflogen wäre. Aha, musst du aufpassen. Ja, dann kannst du das nicht rausmachen, weisst du, wie das... Wie will ich das machen? Das sind Skelette. Ich kann doch nicht dir davor abhalten, das Sachen zu traubieren. Oh, cool, ich kann TNT machen, wenn ich Sand habe. Ah, ich hab mir schon alles. Ich mach mir das Haus ein bisschen, die ist schon schön reiziert. Da war immer noch so ein furchtbares. Und was ist das? Äh, das Zombie-Dolver-Schwarz. Äh, goldiger Schwarz. Wo komm ich schwarz eigentlich? Komm drauf an. Wenn du es ihm gegeben hast, schon. Okay, ich komm jetzt mal rauf. Die Frage ist schnell. Okay, ich versuche jetzt mal rauf zu kommen. Hey, ich hab brutal viele Kinder dabei. Also, also. Also, okay. Okay, go. Ah, ich nie mehr Asse. 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 Was? 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 Ich bin mit dem Empfehlen los. Egal. Ich bin mit dem Empfehlen los. Wir sind doch nicht so gemein zu machen. Hä? Goli. Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi. Ich weiß, dass ich jetzt kein Let's Play sondern so ein Let's Play. Hey, ich seh dich. Warte, 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 komm. Wer, wer, wer? Hey, klingelt Gesicht! Hallo! Toll, jetzt ist schon weh. Zum Glück bin ich kurz in dein Bett zu schlafen. Ein Meme? Ja. Das ist meins. Ja, ich weiss, und ich habe schlafen. Ähm, oder Kolas. Genau. Okay. Das macht ja noch meine Rüstung kaputt. Trottel. Ich muss ihn jetzt noch einmal sortieren. Währenddessen, dass er sie legt. Äh, kannst du, dass ich ein bisschen zu leistig bin? Nein, nein kann es nicht sein. Aber es ist wahrscheinlich so. Stier. Äh, puh, 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 puh. Nein, nein, nein. Natur. Oh, fick dich, Gino. Entschuldigung. Weißt du, ich habe 5.000 Mal geschlagen und trotzdem kehlt er mich. Ja, vielleicht hat er 5.000 Mal zurückgeschlagen. Es war Creep, hat er explodiert noch einmal und das ist alles fertig. Ja, okay. Ja, aber das ist wie ein 5.000 Mal zuschlagen. Huch! Kluft! Warte! Mach keinen Scheiß. Ich habe da so ein gebratene Schweinepast. Wer will es haben? Ähm, ich habe mich nicht. Hintergerüst, Dornflug, Knabelbeer und Rüstung. Also, ähm, warte. Ich mach dir jetzt gerade noch eine Rüstung, oder hast du schon eine? Nein, es ist leider nicht gespawnt. Ich will mir keiner geholfen. Das finde ich für Hammer zu, damit dir keiner hilft. Komm, das geht ja nicht. Ey, es ist stark! Also, Marke. Und es lebt sogar an Marke. Ha, ha, kämpf, flieg in den Spinnzaubern! Weißt du was, ich mach eine schöne Holzbude da. Mag sie nie? Machst du schon halt so ein bisschen, baum... ...bäumen zu füllen? Ich meine nur die... Ah, shit, das kommt doch nicht ganz so. Und du? Wo bist du jetzt? Was? Wo bist du? Wo hinten? Ja, komm! Und du? Oh! Ich laufe jetzt nicht zu dir hin. Du kannst ruhig hochkommen. Das machst du kaputt! Aus für Sharon! Oh! Shit! Sharon! Und du kannst das mal rausgehen! Ehm... Hallo! Kannst du bitte mal rausgehen? Kannst du mir bitte dein eigenes Haus bauen? Ja, bitte, kann ich das so ein bisschen drinnen holen? Nein! Maxi, kannst du uns ein bisschen Rüstung bringen? Nino, du weißt doch nicht ganz gut. Ich brauche... Ich brauche ein Holz. Ich werde ledern, damit ich die Kante aufbauen kann. Und dann kann ich das nicht auch und alles schon machen. Ja, Entschuldigung, aber es heißt, Kato, Little Bits ist das Problem. Und mir hat alles rumpackt, da habe ich aus Versehen... Ich hab doch mit. Also, halbem wollte ich die Werke, äh, gar mehr. Schon mal klar, so. Ähm... ...wollte ich noch nicht. Und ich stehe da... Das ist wirklich scheissegal. Maxi! Mach bitte nicht den ganzen Wald kaputt. Ich habe ein paar Sätzlinge an. Ah, okay. Der ist gut ermassig. Jesus. Icharte... Du komm grad... W ae, das bist du... Ähm, da bin du am Wasser nicht mitteln. Ich hab das fast einfach Wo bist du... Im Wasser... ... wo die Fortine dann... ... der Mime... Ja genau, du sagst einfach... ... beim Wasserbruch... ... Jossé, mehr... ... man schreibt die ganze Runde... Ja wo genau, bitte... Alter bitte, was das Ding ist hier? Sag doch Koordinaten! Äh... Ah, du bist startet... X minus... ... äh... ... X minus 47... ... Z... Warte, ich checke das Scheisse... ... also du, komm... ... komm... Ja komm... Hör auf, du kleiner Kopfgesicht... Hör auf! Hör auf! Oh mein Gott... Was macht er da... ... auf den Sprungbratz? Warte, ich muss einen Musiker... ... Umrissfarbe... Nein, ich muss... ... wir werden uns nächste Woche... ... rachen! Oh Dammt! Ich habe keine... Ja nein, weil ich schon... ... hm... ... hm... ... du hast ja viel im Rücken... ... mein Gott... ... weisst du eigentlich... ... wie viel Pfeil ich habe... ... ... oh Scheisse... ... der ist gerade in meinem Kopf... ... ach geil... ... wie viel haben wir... ... 17? Wie findest du meinen Bauport? Ähm, nein... ... ich nehme meinen Bauport... ... so... ... so... ... und so... Maxi? Wie? Ähm, wüsstest du vielleicht... ... wie man das ganze... ... äh... ... äh... ... äh... ... Aussen... ... aussen bekommt? Keine Ahnung... ... du müsstest ja wissen... ... du hast einen Bauport im Wasser... ... also... ... das ist dein Problem... ... und der Zombie tut keinen Kopf... ... ich müde mich mal kurz... ... WAS?! ... JA! So ich habe mich jetzt gerade mal... ... was... ... jetzt bitte mal... ... so ich habe mich jetzt gerade mal aufgeklebt... ... und ich habe anstatt das Mikrofon abgestellt... ... immer die ganze Zeit Pause gedruckt... ... jetzt hat es vielleicht ein paar kleine Schnitte drin... ... aber... ... wir haben sowieso nichts Wichtiges gesagt... ... glaube ich... ... ok... ... ich gehe bald mal raus... ... auf jeden Fall... ... es hat nicht auf keine Plecke... ... ähm... ... ähm... ... ich schüttle sie mal durch... ... vielleicht wird ja etwas raus... ... nein... ... kannst du mich einmal... ... besorgen... ... ja... ... warte mal... ... hast du noch etwas vorge... ... bist du jetzt schon am Bus ziehen... ... ja... ... ja... ... ja... ... ich bin... ... drauf und da... ... kann ich bitte mal durch? ... nein... ... kannst du nicht... ... ja los... ... besorg... ... hey... ... gib mir meine Tür... ... was soll ich denn machen? ... durchge... ... kannst du mir eine Tür... ... ich kann das hier... ... die liegt da hinten... ... ach so... ... was soll ich denn... ... was ist... ... meins... ... äh... ... los besorg's mir... ... was... ... hm... ... hm... ... der Eimer... ... was sollst du nur gesorgen... ... lol... ... läuf doch die Tür drüber... ... spinnt er nicht... ... weisst... ... ich habe mega viel zu... ... das Schwein... ... also nicht nur... ... das... ... Schwein... ... in der Hose... ... wir haben nur... ... acht... ... gell... ... aber ich mache dir jetzt... ... nur noch Hose... ... und dann den Rest... ... müsst ihr mal selber machen... ... äh... ... kannst du mal... ... äh... ... eine machen... ... ja... ... was wenn ich... ... so... ... hm... ... sorry... ... boh... ... ähm... ... so... ... ja ne... ... ich mache es... ... ich glaube ich... ... lieber... ... das wird... ... so... ... ähm... ... dürft ihr... ... ähm... ... ich bin gerade wieder da... ... ich mache jetzt noch... ... einen schönen Ausblick... ... damit das so... ... ich müde mich mal wieder kurz... ... herz... ... kommst du bitte... ... aufs Land... ... ähm... ... es trifft sich gerade gut... ... ähm... ... ich muss jetzt sowieso... ... Aufnahmepause machen... ... so... ... ok... ... dann sehen wir uns... ... nächstes Mal... ... tschau...